Drei Fakten zu Tomb Raider, die ihr noch nicht kanntet. Fakt Nummer 1 Angeblich resultiert die große Oberweide von Lara Croft aus einem Bug oder Programmierfehler. Das ist aber nur ein Mythos, denn dieser existierte seit einem Interview und da hat der Programmierer gelernt, dass sarkastische oder ironische Aussagen auf Papier nicht funktionieren. Fakt Nummer 2 Das Team, welches an Tomb Raider arbeitet, bestand nur aus sechs Leuten. Fakt Nummer 3 Lara Croft hätte ursprünglich ein Mann werden sollen, inspiriert durch James Bond und Indiana Jones.